Unicorn erwächst. Was steckt dahinter? Betrug? Anlagebetrug. Nicht mehr, nicht weniger. Haben Sie Geld administriert? Nicht gut? Was können Sie tun? Haben Sie eine Chance, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen? Die Chancen sind besser, als Sie wahrscheinlich denken. Aber wie das geht, vor allem am Ende dieses Videos. Schauen Sie sich also dieses Video bis zum Schluss an. Hallo, ich bin der Anwalt Jochen Resch. Thema Unicorn FX. Alles ist Schwindel. Kein Cent von Ihrem Geld wurde investiert. Alles ist Lüge. Allein der Sitz im Beachman Center auf St. Vincent, der Karibik, ist ein klares Zeichen, dass es sich um Betrug handelt. Dort sitzen unter dieser Angriff Tausende von ähnlichen Unternehmen. Alles Lug und Fug. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei. Eine nette Idee, würde ich sagen. Nicht zielführen, denn eine Strafanzeige, und Sie wissen das, soll zur Bestrafung der Täter führen. Nicht zur Wiederverschaffung des Geldes. Wir verfolgen die Spur des Geldes, und wir sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie wissen, wann mir das geht, können Sie mich gerne anrufen. Dann 030885 9770, oder besser, gehen Sie auf unsere Webseite. Folgen Sie dem Link, gehen Sie auf unsere Webseite und lesen den Artikel dazu. Sie finden dort viel mehr Hinweise, als ich Sie in diesem kurzen Video Ihnen geben kann. Und Sie finden dort einen Fragebogen. Füllen Sie diesen Fragebogen aus, dann bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung. Sie erfahren, ob wir einen Fall überhaupt übernehmen werden, denn es muss hinreichende Erfolgsversichten geben. Sie bekommen dann von uns diese kostenlose Einschätzung. Da steht drin, was wir konkret machen, wenn es eine positive ist. Was es kosten würde. Und mit dieser Einschätzung können Sie sich entscheiden aufgrund von Fakten. Weil Sie die Fakten kennen, sind Sie dann natürlich in der Lage, auch zu wissen, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020